Heute wollen wir mal wieder auf die Europawahl blicken, die im Juni stattfinden wird. Und zwar wollen wir mal wieder auf aktuelle Umfrageergebnisse schauen für die gesamte Europawahl, für Deutschland und für Österreich. Und wie üblich seht ihr am Anfang dieses Videos die Folie mit den Fraktionen, die es überhaupt im EU-Parlament gibt und wie stark sie 2019 bei der Europawahl geworden sind. Und unten auf der Folie könnt ihr auch sehen, für was diese Fraktionen so grundsätzlich stehen, was ihre grundsätzliche Ausrichtung ist. Und wer sich das genauer anschauen möchte, der kann gerne das Video an dieser Stelle anhalten, denn ich möchte mit dieser Folie nicht so viel Zeit verbringen, sondern gleich auf die neuesten Umfrageergebnisse blicken. Der Stand der Dinge für dieses Video ist der gestrige Mittwoch, also der 24. Januar. Und der Zeitraum von Interesse für dieses Video ist der vom 26. Dezember bis zum 24. Januar. Und da könnt ihr sehen, dass vier Umfrageergebnisse für dieses Video von Bedeutung sind. Und wenn wir uns diese vier Umfrageergebnisse einmal genau anschauen, dann können wir sehen, dass die EPP, die große christdemokratische Fraktion, sehr wahrscheinlich stärkste Kraft bleiben wird. Im Schnitt sind es 175 Sitze, das sind allerdings zwölf weniger, als man 2019 geholt hat. Das heißt, die EPP-Fraktion muss mit Verlusten rechnen. Und das, obwohl die Sitzzahl im EU-Parlament um 15 angehoben wird. Also insgesamt steuert die EPP auf ein nicht ganz so gutes Abschneiden wie 2019 zu eben. Aber es reicht, um Rang 1 verteidigen zu können. Die zweitplatzierte Fraktion, die S&D-Fraktion, dürfte nämlich auch Verluste einfahren und dürfte auch nicht der EPP gefährlich nahe kommen, so wie es aussieht. Ja, die S&D-Fraktion, also die Fraktion der Sozialdemokraten, die kommt auf 139 Sitze im Schnitt. Das sind neun Sitze weniger als 2019. Also auch für die S&D-Fraktion gilt, obwohl die Sitzzahl angehoben wird im EU-Parlament, steuert man auf Verluste zu. Und nach diesem ganz neuen Umfrageergebnis von, naja, ECFA vielleicht ausgesprochen, ich habe es nicht nachgeschaut, könnten es sogar deutliche Verluste für S&D werden. Ansonsten sind es, naja, moderate Verluste, aber trotzdem spürbare Verluste, die die Fraktion wird hinnehmen müssen. Dahinter könnte es einen Dreikampf geben zwischen ID, Renew und ECR. Momentan ist es tatsächlich so, dass der Kampf um Rang 3 ja in gewisser Weise bei diesen Ergebnissen vorentschieden wäre zugunsten von ID, also einer nationalkonservativen, rechtspopulistischen, EU-skeptischen Fraktion. Die ID-Fraktion kommt im Schnitt auf 94 Sitze. Das sind 18 mehr, als man 2019 geholt hat. Und womöglich kann man sogar eine dreistellige Sitzzahl im EU-Parlament holen. Also unter Umständen ist das auch möglich. Also ID könnte neue drittstärkste Kraft werden. Was Rang 4 betrifft, könnte es für Renew auch nicht reichen für die Liberalen. Es ist zumindest eng mit ECR. Insgesamt ist es so, dass im Schnitt Renew noch drei Sitze mehr hat als ECR. Aber wir müssen mal abwarten, wie sich dieses Rennen um Rang 4 oder auch um Rang 3 entwickeln wird. Wir können mal festhalten, ID unter klaren Zugewinnen wohl drittstärkste Kraft, zumindest aktuell. Renew unter klaren Verlusten noch viertstärkste Kraft und ECR unter klaren Zugewinnen knapp dahinter auf Rang 5. Dann haben wir eine Reihe von Abgeordneten, die zu den Fraktionslosen gehört. 58 sind das jetzt im Schnitt. Das ist ein deutliches Plus im Vergleich zu 2019. Also die Zahl der Fraktionslosenabgeordneten dürfte doch klar ansteigen. Und dann haben wir als nächstes die Grünen. Die Komma 50 Sitze im Schnitt. Und das ist ein deutliches Minus im Vergleich zu 2019. Also die Beliebtheit grüner Parteien innerhalb der Europäischen Union nimmt dann doch tendenziell klar ab. Zumindest im Vergleich zu 2019. Im Schnitt sind es 50 Sitze und damit 18 weniger, als man letztes Mal hatte. Und das ist das größte Minus von allen Fraktionen. Das werden wir gleich nochmal auf der Grafik oder auf der entsprechenden Grafik sehen. Und die Fraktion der Linken, die bleibt wohl relativ konstant. Je nach Umfrageergebnis liegt sie mal ein bisschen drunter. Unterhalb des Ergebnisses von 2019 liegt sie auch ein bisschen drüber. Also mehr oder weniger ändert sich da scheinbar nicht so viel. Und das können wir ja auch hier sehen. Denn im Schnitt ist das nur ein Sitz weniger eben, als man 2019 geholt hat. Ansonsten sehen wir bei den Gewinnern, wie gesagt, die Fraktionslosen plus 31. Die beiden EU-skeptischen, konservativen Fraktionen ECR und ID haben plus 19 und plus 18 Sitze stehen. Und ja, die anderen Fraktionen liegen im negativen Bereich. S&D minus 9, EPP minus 12, Renew minus 13. Und die Grünen haben das größte Minus mit minus 18 dastehen. Im Vergleich zum letzten Video, da haben wir auf den Stand der Dinge vom 25. Dezember geschaut, ist es so, dass sich seitdem bei manchen Fraktionen mehr getan hat, bei anderen weniger. Also ID hat 5 dazugewonnen, ECR dafür 5 verloren. Die Sonstigen haben ein bisschen dazugewonnen. Und die EPP ist konstant geblieben. Also ihr seht es ja, was für Veränderungen es gab seit dem letzten Video. Da gehe ich jetzt mal nicht genauer drauf ein. So, jetzt geht es weiter mit Deutschland. Wer ja mein Video mit diesen exklusiven Werten der Wahlkreisprognose gesehen hat, der kennt das Ergebnis der Wahlkreisprognose schon. Es gibt ein neues Ergebnis, nämlich vom 18. Januar. Und das sieht so aus, dass die Unionsparteien, also CDU und CSU stärkste Kraft bleiben würden mit 28%. Damit liegt man in etwa auf dem Niveau der letzten Europawahl von 2019. Dahinter gibt es aber eine Veränderung, denn diesmal sind nicht die Grünen zweitstärkste Kraft, sondern so wie es aussieht, wird die AfD Rang 2 holen. Mit 23% könnte die AfD eben es dann schaffen, mehr als doppelt so stark zu werden im Vergleich zur letzten Europawahl. Auf Rang 3 haben wir dann die Grünen, allerdings unter klaren Verlusten, minus 7,5% Punkte stehen da zu Buche, eben nur noch 13 statt 20,5%. Dann haben wir die SPD mit 9% im einstelligen Bereich, auch unter ganz klaren und auch, man kann schon sagen, krassen Verlusten, minus 6,8% Punkte. Das Bündnis Sarah Wagenknecht würde aus dem Stand 7% holen und damit auch einige Abgeordnete ins EU-Parlament entsenden können. Ja, und FDP und Linke dürften froh sein, dass es keine 5%-Hürde bei der Europawahl geben wird, beziehungsweise gibt, denn mit 4,5 beziehungsweise 3% schafft man es nach wie vor Abgeordnete ins EU-Parlament entsenden zu können. Und die sonstigen, die kommen auf 12,5%, wobei da vor allen Dingen die Freien Wähler zu nennen sind mit 5%, die könnten also stärker werden als die FDP und ja so circa 5 Abgeordnete ins EU-Parlament entsenden. Dann haben wir noch die Partei und die Tierschutzpartei angegeben mit jeweils 1,5%. Das würde auch reichen, um ins EU-Parlament einzuziehen. Ob dann mit einem oder vielleicht sogar mit zwei Abgeordneten, na, das muss man dann mal abwarten. Aber das ist so die aktuelle Tendenz. Und wenn wir jetzt mal auf die Sitzverteilung blicken, dann sieht das Ganze wie folgt aus. Die Unionsparteien kommen auf 28 Sitze, hätten jetzt einen weniger als aktuell im EU-Parlament. Die CDU würde 22 Sitze holen, die CSU 6 Sitze. Die AfD würde damit stärkste Einzelpartei werden mit 23 Sitzen. Das ist mehr als eine Verdopplung der Sitzzahl, die man aktuell hat. Dann haben wir die Grünen bei minus 8 Sitzen, die kommen dann nur noch auf 13 Sitze. Die SPD holt 9 Sitze. Das Bündnis Sarah Wagenknecht 7, die FDP 4, die Linke 3 und die Sonstigen insgesamt 9. Ich habe jetzt nicht genau geschaut, wie die Sonstigen sich verteilen, aber ich schätze mal 5 auf die Freien Wähler, 2 jeweils auf die Tierschutzpartei und die Partei. So, bleibt noch der Blick auf Österreich. Da geht es relativ schnell, es gibt nämlich nichts Neues. Das immer noch aktuellste Umfrageergebnis stammt vom 29. November. Das heißt, ihr seht hier genau die gleichen Folien wie beim letzten Video. Die FPÖ liegt da auf Rang 1, würde deutlich zulegen. SPÖ und ÖVP streiten sich um Rang 2. Die Grünen wären immer noch zweistellig, allerdings mit leichten Verlusten versehen. Neos würde mit 7% auch wieder in das EU-Parlament einziehen. Und die Sonstigen haben aktuell keine Chance, Abgeordnete ins EU-Parlament zu entsenden. Umgemünzt auf eine Sitzverteilung sieht das dann so aus. Von den 20 Sitzen in Österreich würden 7 an die FPÖ gehen, jeweils 5 an SPÖ und ÖVP, 2 an die Grünen und 1 an Neos, also ein Sitz an Neos. Und damit können wir sehen, die FPÖ würde im Vergleich zur letzten Wahl das größte Plus haben. Es gibt auch keine andere Partei, die überhaupt im positiven Bereich liegt in Österreich, wenn wir auf die Sitzzahl blicken. So, das war jetzt wieder der Überblick zur Europawahl und damit setze ich jetzt abschließend am Ende von diesem Video, wie üblich, einen Punkt.